Hallo YouTube, willkommen zu einem Video zu Schwingkreisen. Heute wollen wir Schwingkreise sowohl in Reihen als auch Parallelschaltungen beschreiben und dazu werden wir die Idee eines Wechselstromwiderstandes benutzen oder einer Impedanz. Falls ihr diese Idee noch nicht kennt, geht bitte zurück zu dem Video zu Wechselstromwiderständen. Fangen wir an mit dem Aufbau eines Schwingkreises. Dort muss immer vorhanden sein eine Spule und ein Kondensator und möglicherweise wollen wir zusätzlich noch einen Widerstand einnehmen. Mit dem Widerstand ist es ein gedämpfter Schwingkreis, auch oftmals ein realer Schwingkreis. Ohne Widerstand ist es ein ideeller Schwingkreis. Wie sieht das Schwingprinzip eines solchen Schwingkreises aus? Na ja, starten wir mal mit einem Strom hier vorne oben rechts, der hier vorne zum Kondensator hinfließt. Dann wird am Kondensator natürlich eine Ladungseparation erzeugt. Wir erhalten also ein elektrisches Feld. Wenn aber nichts diese Ladungseparation aufrecht erhält, will die Ladungseparation sich natürlich rückgängig machen. Das heißt, wir erhalten wieder einen Strom, der hier vorne fließt. Und was passiert, wenn ein solcher Strom fließt? Na ja, wenn der Strom dann durch die Spule fließt, erhalten wir in der Spule, induzieren wir dadurch ein magnetisches Feld. Wenn das magnetische Feld jetzt aufgebaut ist und kein Strom mehr fließt, dann wird natürlich das magnetische Feld sich versuchen, wieder selbst abzubauen. Beim Selbstabbauen, beim Verändern des Magnetfeldes induzieren wir wieder eine Spannung, denn Spannung ist proportional zur Veränderung des Magnetfeldes. Und das heißt, wenn wir eine Spannung induzieren, induzieren wir auch wieder einen Strom und der ganze Kreislauf wiederholt sich. Das heißt, verändern wir das Magnetfeld, führt zu Strom, Strom führt zu Ladungseparation, Ladungseparation führt zu Strom, Strom führt zu Magnetfeld. Und das alles ist also dann in einem Kreislauf, in einem schwingenden Kreislauf. Die Energie kann also entweder im Magnetfeld gespeichert sein, im elektrischen Feld, im Kondensator oder in dem Strom, also als Leistung. Zusätzlich haben wir einen Schritt hier vorne, wo Verluste stattfinden und zwar über den Widerstand hier vorne. Diese Verluste werden dafür sorgen, dass unsere Schwingung nicht einfach immer weiter geht, sondern möglicherweise gedämpft wird. Okay, kommen wir zuerst einmal zu der Berechnung dieser Frequenz Omega hier vorne, die wir hier vorne haben. Und dafür machen wir jetzt eine ganz einfache Equivalenz zwischen dem grünen hier vorne, unserem gesamten Schwingkreis und hier vorne dem Leiterstück, was ich einfach mal freigelassen habe. Und ich sage jetzt einfach mal, die beiden wären gleich. Der Strom hat nämlich die Möglichkeit, entweder durch dieses leere Leiterstück zu gehen oder durch diesen gesamten Kreislauf hier vorne. Wenn ich das beides also gleich setze, werde ich herausfinden, welches Omega oder was das Omega hier vorne wirklich ist. Ich kann mir also das Omega hier vorne ausrechnen. Da erhalte ich erstmal eine Gleichung hier vorne, die relativ schwierig aussieht, aber wenn ich die mit I Omega C multipliziere, wird meine Gleichung deutlich einfacher. Denn es wird einfach eine quadratische Gleichung in Omega. Das heißt, ich kann sie definitiv nach Omega auflösen. Zum Beispiel, wenn ich hierauf die pq-Formel anwende oder gleich direkt die abc-Formel anwende, erhalte ich ein Omega, was dann folgendermaßen aussieht. Wenn ich den Widerstand hierbei gegen 0 gehen lasse, also einen idealen Schwingkreis mir anschaue, sehe ich direkt, das ist genau das Omega, was bei einer Resonanz heraus sind. Das ist unser sogenanntes Resonanz. Schwingkreis ist 1 durch Wurzel aus Impedanz mal Kapazität. Das ist unsere Resonanz. Was hat das mit Resonanz zu tun? Naja, das werden wir eigentlich erst gleich sehen, dass das hier vorne die Resonanzfrequenz ist. Aber schmeißen wir einfach mal den Teil zur Resonanz erstmal weg und unterhalten uns erst einmal über die grobe Form dieser Schwingung, die wir hier überhaupt haben. Wir haben hier vorne eine Frequenz mit einem reellen Anteil und einem imaginären Anteil. Wenn wir uns diese grundsätzliche Formel, in die all diese Frequenz auftaucht, e hoch i omega t, das ist unsere Schwingung, uns anschauen, dann sehen wir hier vorne, dass dort ein i mal Omega ist. Das heißt, i mal i werden wir hier vorne als ersten Term haben. Das heißt, das wird ein Minuszeichen ergeben. Und der zweite Term wird einfach ein i mal bla 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 mal t sein. Und dieser i mal irgendwas mal t, t haben, das ist einfach weiterhin eine Schwingung. Wir wissen, dieses i hoch i omega t war einfach eine Kosinus omega t Schwingung. Das heißt, das hier wird einfach eine Kosinus von irgendwas mal t sein. Das heißt, das ist einfach eine ganz normale Schwingung, einfach eine ganz normale Kosinus- oder Sinus-Schwingung, die wir hier vorne drin haben. Der erste Teil ist aber eine Dämpfung. Das ist genau die Dämpfung und wie ich euch versprochen habe, wird die durch den Widerstand verursacht. Zusätzlich sehen wir, dass hier vorne die Impedanz mit drin ist. Was hat die denn damit zu tun? Naja, je nachdem wie stark die Spule ist, wird natürlich auch der Strom unterschiedlich stark induziert beim Abbau des Magnetfeldes. Und dadurch erhalte ich also unterschiedliche Abfallzeiten dieser Dämpfung hier vorne. Denn wenn der Strom stärker ist, wird natürlich auch ein stärker Verlust stattfinden. Im Normalfall habe ich also einen Schwingfall. Ich kombiniere meine exponentiell abfallende Kurve mit einer Schwingung und zusammen ergeben sie mir eine exponentiell abfallende Schwingung. Das nennt man den Schwingfall. Es kann aber auch etwas anderes passieren. Und zwar habe ich bisher angenommen, dass diese Wurzel einfach irgendeine ganz normale positive zum Beispiel Zahl ist. Das passiert aber nur, wenn diese konstante 1 durch Kapazität mal Impedanz größer ist als der Schwingungsabnehmungstherm, und zwar Widerstand durch 2 mal Impedanz. Das ist normalerweise der Fall, weil normalerweise der Widerstand kleiner ist als die Kapazität und die Impedanz miteinander multipliziert. Aber schauen wir uns auch mal Terme an, wo der Widerstand groß wird. Was passiert dann? Zum Beispiel, wenn die beiden genau gleich sind, erhalten wir den sogenannten aperiodischen Grenzfall. Was hat das zu tun? Naja, wenn ich diese Wurzel, also die Schwingung komplett weghaue, bleibt ja nur noch mein exponentieller Abfall übrig. Das heißt, das Einzige, was ich hier noch habe, ist eine exponentielle Abnehmung. Also hier vorne, das Einzige, was übrig bleibt, ist ein exponentieller Abfall. Das heißt, das nennt man den sogenannten aperiodischen Grenzfall, weil es nur eine exponentielle Abnehmung ist. Wenn ich jetzt den Widerstand noch größer mache, erhalte ich, dass diese Wurzel hier vorne der Wurzel aus etwas Negativen wird. Und jetzt kann ich, auch wenn es hundertprozentig mathematisch nicht richtig ist, kann ich hier vorne einmal die Wurzel aus dieser Minus 1 hier vorne rausziehen, erhalte dann eine andere Wurzel, die dann positiv ist. Aber diese Wurzel aus Minus 1 wird also zu einem i. Das heißt, der Term, der vorher irgendein positiver Term wird, wird jetzt zu i mal irgendein positiver Term. Und wir wissen, i mal i ist ein Minuszeichen. Das heißt, hier vorne erhalte ich dann i hoch Minus irgendetwas. Da ich hier vorne Plus oder Minus die Lösung hatte, erhalte ich dann i hoch Minus irgendetwas mit Plus oder Minus diesem anderen Term hier vorne. Das Coole hier dran ist, dass es also zwei Abnehmung der Exponentialfunktionen sind. Eine schnell abnehmende und eine langsam abnehmende. Wenn wir zu höheren Zeiten gehen, ist natürlich die schnell abnehmende direkt weg. Was übrig bleibt, ist eine langsam abnehmende Exponentialfunktion. Deswegen wird das hier oft der Kriechfall genannt, weil für hohe Zeiten bleibt nur die langsam abnehmende Exponentialfunktionen zurück. Das heißt, es nimmt sogar langsamer ab als im aperiodischen Grenzfall. Das heißt, der aperiodische Grenzfall ist der schnellste Fall, wie es abfallen kann. Dann haben wir den Kriechfall, dort fällt es besonders langsam ab. Und dann haben wir den gedämpften Schwingfall. Das soweit zu dem, was wirklich da passiert. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das Ganze jetzt wirklich für Spannung und Strom aussieht. Okay, wir wissen, dass wir Spannung einfach brennen können über Wechselstromwiderstand, den wir bei einer Reihenschaltung ganz einfach als Summe der einzelnen Wechselstromwiderstände aufschreiben können, mal Strom. U gleich x mal i oder u gleich z mal i oder wie auch immer ihr es aufschreiben wollt mit der Impendanz, die wir hier vorne aufgeschrieben haben. Wechselstromwiderstand, wunderschön. Und wir wussten, dass wir uns das jetzt aufteilen können in zwei Teile. Und zwar einmal mit dem Betrag und einmal mit dem Winkel hier vorne, mit der Phase phi, mit der Phasenverschiebung. Und wir sehen hier vorne schon etwas Wunderschönes. Die Größe des induzierten Stromes bei irgendeiner vorgegebenen Spannung ist ganz davon abhängig, wie groß dieser Faktor hier vorne wird. Das heißt explizit auch davon, mit welcher Frequenz wir hier vorne unsere Spannung vorgeben. Das heißt, wenn wir jetzt hier vorne eine parallele Anregung machen mit irgendeiner Spannung der Frequenz Omega, mit einer Wechselspannung der Frequenz Omega, erhalten wir einen unterschiedlichen großen Strom, je nachdem was dieses Omega ist. Auch unsere Phase zwischen Spannung und Strom wird unterschiedlich groß sein. Das liegt daran, dass dieser Wechselstromwiderstand unserer Impedanz, also unserer Spule, steigt mit steigendem Omega, aber der des Kondensators sinkt mit steigendem Omega. Das heißt, der Kondensator wird immer unwichtiger und unwichtiger und unwichtiger mit höherer Frequenz, sondern irgendwann ist die Frequenz so hoch, dass wir uns eigentlich nur noch an der Spule interessieren müssen, denn die Spule ist das, was dieser Veränderung immer widerspricht. Die Spule hasst Veränderung. Wenn sich da was versucht zu verändern, wie zum Beispiel bei einer hohen Frequenz, dann ist die Spule immer dagegen. Die macht einfach immer was dagegen und deswegen haben wir hier vorne, dass die Spule, dass der Spulenwiderstand ganz besonders wichtig wird. Während der Kondensator, der Kondensator ist fein mit Veränderung, aber der hasst es, wenn irgendwas ganz langsam ist. Das heißt, der Kondensator hasst langsame Veränderung und das heißt, hier vorne wird der Kondensator besonders wichtig, wenn die Frequenz hier vorne besonders klein ist. Das heißt, das hier vorne ist die grundsätzliche Relation von Strom zu Spannung und wir können uns ja mal anschauen, was passiert, wie groß ist der Strom jeweils bei einer bestimmten Spannung. Das heißt, wir teilen durch diesen Faktor und erhalten eine sogenannte Resonanzkurve. Und wir wollen uns mal ganz kurz, bevor wir das uns wirklich anschauen, wollen wir uns nochmal ganz kurz anschauen, wie die Resonanz dieser Resonanzkurse aussieht. Und zwar, wo ist dieser Term am größten? Wo ist der Strom am größten? Na ja, damit, dass der Strom am größten ist, muss das 1 durch, was wir erhalten von diesem Faktor am kleinsten sein. Das heißt, der Faktor muss selber am kleinsten sein. Das heißt, wenn der Faktor am kleinsten sein muss, muss das, was hier drin steht, am kleinsten sein. Wann ist das am kleinsten? Na ja, das ist irgendein positiver Term, der sich nicht verändert. Das heißt, das hier muss am kleinsten sein. Weil es ein positiver Term ist, ist es am kleinsten, wenn es 0 ist. Und das passiert genau, wenn Omega L gleich 1 durch Omega C ist. Das heißt, Omega L gleich 1 durch Omega C, das ist dann, wann der Strom am höchsten ist. Und wenn wir das ganz kurz umrechnen, erhalten wir Omega ist gleich 1 durch die Wurzel aus L mal C. Und das war genau diese Resonanzfrequenz, die wir ganz am Anfang herausgekriegt haben, indem wir einfach alle Widerstände gleich 0 gesetzt haben. Also ganz interessant, dass es eine andere Möglichkeit gibt, diese Resonanzfrequenz hier vorne rauszukriegen. Okay, das ist aber wunderschön. Das ist also unsere Resonanzfrequenz. Das ist die Frequenz, wo der Strom, wo die Stromantwort auf eine vorgebene Spannung am höchsten wird. Interessanterweise ist dann auch die Phase hier vorne, wenn ihr das einfach mal einsetzt, direkt 0. Das war nämlich der Term, wo wir den hier gleich 0 gesetzt haben. Und ihr seht, das ist genau der hier vorne auch wieder. Das heißt, Tangens phi ist gleich 0, daraus folgt phi ist gleich 0. Das heißt, es gibt keine Phasendifferenz mehr, wo das ganze Ding maximal ist. Das führt uns also zu diesem Bild hier vorne. Das hier vorne ist die Stärke unserer Stromantwort für eine gegebene Spannung vorgegeben und eine gegebene Frequenz. Und ich trage das hier mal gegen die Frequenz auf. Das heißt, wenn ich bei der Resonanzfrequenz bin, ist meine Antwort am stärksten, wie ich das vorhin schon ausgerechnet habe, weil dann der 1 durch Faktor am minimalsten ist. Und ich habe gesehen, meine Phase hier vorne ist dabei 0. Dann habe ich mir noch die beiden Grenzwerte ausgerechnet, von minus 90 Grad und 90 Grad, wenn ich gegen 0 und gegen unendlich gehe jeweils. Und ich kann mir natürlich auch überlegen, was hier vorne von meinem i passiert. Wenn ich natürlich überhaupt gar keine Frequenz habe, dann ist mein i hier einfach 0. Und wenn ich hier vorne eine sehr hohe Frequenz habe, geht mein i ganz langsam wieder gegen 0 für ganz hohe Werte. Aber diese grundsätzliche Kurve hier vorne, das ist meine Antwort meines Schwingkreises auf einige vorgegebene Spannung mit einer Frequenz Omega. Der Parallelschwingkreis kann das ganz, ganz ähnlich machen, nur dass wir hier eine unterschiedliche Regel haben. Und zwar müssen wir hier diese ganzen Widerstände parallel addieren. Das heißt, wie addierte man irgendwas parallel? Naja, 1 durch Xi ist gleich 1 durch Xi1 plus 1 durch Xi2. Oder man addiert immer die inversen Wechselstromwiderstände. Das habe ich hier auch mal gemacht und ich erhalte hier als inverse Impedanz. 1 durch die Summen der einzelnen Versen. Das heißt, wenn ich U gleich Impedanz mal I schreibe, muss ich U gleich I durch das Inverse der Impedanz schreiben. Oder U gleich I durch 1 durch blablabla, diese ganze Summe hier vorne. Auch da kriege ich jetzt hier vorne wieder irgendeine Gesamtimpedanz raus, die ich mir ausrechnen kann und so weiter und so fort. Und ich kann wieder das genau gleiche Spiel abspielen. Soll mich jetzt aber weniger interessieren, sondern was mich interessieren soll, ist zum Beispiel Resonanzfrequenz und so weiter. Resonanzfrequenz ist wieder 1 durch Wurzel LC. Wenn wir nicht annehmen, dass die Spule hier vorne noch einen eingebauten Mini-Widerstand hat. Und wir erhalten also ein sehr ähnliches Bild, nur dass alles irgendwie umgedreht ist. Das heißt, dort wo vorher der Strom hier vorne maximal wurde, wird er jetzt minimal. Und hier vorne, diese ganze Gruppe hier vorne ist auch umgedreht. Interessanterweise ist aber trotzdem wieder hier vorne die Phase gleich 0. Aber die Phase macht auch irgendwelche seltsamen Sachen. Zum Beispiel startet sie hier bei 0, geht dann gegen irgendeinen positiven Wert und dann fällt sie wieder auf 0 zurück und geht hier vorne gegen einen negativen Wert. Also macht ganz schön verrückte Sachen, diese Phase hier vorne. Aber der Strom ist im Endeffekt eigentlich nur das Umgedrehte. Das heißt, anstatt bei 0 zu starten, startet er im Endeffekt bei unendlich, geht dann hier vorne gegen den Minimalwert und geht dann wieder hoch gegen unendlich. Im Normalfall hat die Spule aber einen eingebauten Widerstand. Das heißt, es geht hier vorne nicht gegen unendlich, was man sich ja auch schlecht vorstellen kann, sondern gegen irgendeinen Maximalwert, der davon abhängt, wie stark dieser Widerstand der Spule an sich selber ist. Und das war es, glaube ich, auch schon zu Schwingkreisen, zu Parallel- und Reihenschwingkreisen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschülü!